Hallo mein Name ist Tanja Major und ich darf euch heute mein neues Buch präsentieren Schätze aus Wald und Wiese. Wie du siehst ist noch Winter aber der Frühling steht schon vor der Türe und die Pflanzen treiben schon aus. Überall sind schon junge frische Knospen und die ersten Blüten sind schon zu finden. Für mich gibt es keine Undkräuter sondern nur Wild- und Heilkräuter. Wildpflanzen sind für uns die heimischen Superfoods. Sie geben uns Gesundheit, geben uns Kraft, haben viele Vitamine, Enzyme, Spurenelemente, Bitterstoffe und all das brauchen wir für unsere Nahrung. Mein Buch soll eine Anregung für alle Jahreszeiten sein, weil auch im Winter gibt es Pilze und Kräuter und sogar Beeren, die man sammeln kann. Ihr findet in meinem Buch Empfehlungen, wie, wo und was ihr sammeln könnt. Wie ihr das Gesammelte verarbeitet, warum die Naturnahrung gesund ist, Rezepte für den Alltag, aber auch kleine Anleitungen zum Fermentieren, Salate, Snacks, Deftiges und Süßes. Außerdem Informationen zur Verwendung wie Tees und Tinkturen. Und ihr könnt auch kreativ arbeiten und zum Beispiel färben mit Pflanzen. Also geht in die nächste Buchhandlung, kauft mein Buch, schaut was ihr sicher bestimmen könnt und probiert aus. Musik 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 Untertitelung. BR 2018